Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen zur brandneuen Podcast-Staffel The Art of AI. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Immer wieder sind die Veränderungen in Unternehmen und in unserer Gesellschaft durch die Digitalisierung Thema dieses Podcasts. Wir sehen vor allem auch in verschiedenen Projekten, dass die Veränderung in der Kommunikation, mehr und mehr auch die Integration von künstlicher Intelligenz bedeutet. Genau aus diesem Grund werde ich gemeinsam mit dem KI-Experten Florian Schild von Boot.ai für euch in Zukunft regelmäßig eine Podcast-Folge zum Thema The Art of AI produzieren. Wenn ihr wollt, hört doch gern mal in das erste Interview rein, das ich mit Florian hier im Podcast bereits geführt habe. Wir verlinken euch die Folge gern auch nochmal in den Show Notes. In unserer Podcast-Staffel The Art of AI soll es vor allem darum gehen, das Thema künstliche Intelligenz so auszuleuchten, dass ihr als Unternehmer ein klares Verständnis gewinnt, um mitreden zu können. Wir werden versuchen, auf zu komplizierte technische Formulierungen zu verzichten. Und wenn es gar nicht zu vermeiden ist, erklären wir gern auch genauer, was darunter zu verstehen ist. Wer allerdings von euch zu diesem Thema tiefer einsteigen möchte, den empfehle ich unbedingt den Podcast Digital Kompakt von meinem Kollegen Joel Kaczmarek. Auch diesen Link findet ihr in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Wenn ihr Fragen habt oder euch Themen im Bereich künstliche Intelligenz besonders interessieren, dann schaut gern auch auf unserer Website markenrebell.de vorbei. Im Menü Service habt ihr die Möglichkeit, kostenlos unserer Gruppe bei WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram beizutreten. Hier findet immer wieder ein reger Austausch statt, also probiert es gern einfach mal aus. Nun lasst uns aber anfangen und freut euch auf die erste Folge von The Art of AI mit Florian Schild. Viel Spaß dabei! Florian, sag uns doch noch einmal kurz ein paar Sätze über dich, für alle, die das Interview mit dir noch nicht gehört haben, was wir natürlich in den Show Notes verlinken, ganz klar. Aber vielleicht, dass wir dich nochmal ganz kurz vorstellen. Also ich bin schon seit der Jugendzeit im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Damals hieß es zwar nicht so, aber mich hat schon immer Robotik und diese autonome Handlung von Robert stark interessiert. In der Jugendzeit habe ich eine Karrierebahn gebaut mit Autos, die sich selbst optimieren. Habe dann auch automatisiert Trading-Methoden aufgebaut und bin dann über die Forschung zu der Startup-Szene gerutscht, wo ich jetzt auch heute hauptsächlich noch unterwegs bin. Also man kann mich buchen, um Teams aufzubauen oder um reinzuschauen, wo man noch verschiedene Taktiken mit KI implementieren kann. Und es kommt jetzt immer mehr auch seit zwei Jahren dazu, dass Unternehmen Anfragen stellen, wie kann ich das Unternehmen überhaupt optimieren oder wo gibt es Potenziale. Und das ist das, was ich jetzt schon stark fokussiere in die Zukunft. Ich sehe da einen sehr starken Trend, dass Unternehmen diese Bedürfnisse jetzt auch verspüren, auch langsam in Handlungsbedarf kommen. Und das ist auf jeden Fall das Gebiet, aus dem ich komme. Jetzt haben wir ein Interview schon zusammen geführt und irgendwie hat es uns miteinander verbunden. Wir sprechen auch derzeit über ein paar Projekte, die wir zusammen machen wollen. Was ich großartig finde, muss ich an dieser Stelle wirklich einfach mal sagen, ist, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir einfach regelmäßig auch die neue Podcast-Staffel The Art of AI zu produzieren. Das finde ich sehr cool. Was ist so deine Motivation dahinter? Also erstmal kann ich das so zurückgeben. Ich finde Podcast ist ein super Format. Ich finde dein Format sehr gut. Also ich finde die Souveränität und mit der Qualität, in der die ganze Sache rangeht, sehr, sehr gut. Also es zeigt auf jeden Fall, dass wir im Podcast, glaube ich, dass es auf jeden Fall Zukunftspotenzial hat. Immer geballtes Wissen aufs Ohr. Und die Einladung kam ja auch von dir. Und ich muss sagen, also das war für mich sozusagen schon fast ein No-Brainer, dass wir das zusammen machen. Weil ich denke, dass die Qualität stimmt, dass der Rahmen stimmt und der Informationsbedarf ist da. Und so habe ich gedacht, okay, let's do it. Also das ist für mich der Anspann gewesen. Ja, jetzt wollen wir ja Unternehmern so ein bisschen auf die Sprünge helfen, sage ich mal so ganz salopp, um einfach so ein bisschen auch ein Verständnis für dieses ganze Thema künstliche Intelligenz zu gewinnen. Du hast jetzt vorhin schon gerade gesagt, wie Unternehmen durch KI vielleicht Prozesse optimieren. Vielleicht bevor wir dort einsteigen, können wir noch so ein bisschen aufklappen und ein bisschen ausdifferenzieren, was bedeutet das mal auf Hardware und auf Software-Seite? Die Hardware, das ist eigentlich fast alles, also ich kenne kein Unternehmen, das nicht rein Cloud-basiert arbeitet. Es gibt zwar Unternehmen, die hauen sich da Grafikkarten irgendwie von Nvidia auf den Serverraum und auf den Schreibtisch. Aber es ist schon meistens so, dass die ganzen Anwendungen in der Cloud gerechnet werden. Das heißt, man nimmt zum Beispiel von Amazon oder von Google oder von Microsoft mittlerweile immer beliebter, weil die teilweise günstigere Preise haben als Google, Cloud-Lösungen, wo man wirklich dann mit seinen entsprechenden Frameworks, es gibt sogenannte Machine Learning Frameworks zum Beispiel, die man dann auf dieser Hardware rechnen lässt. Das ist die Hardware-Seite und die Software-Seite, da ist eigentlich der größte Wandel. Also es fängt an, wie Teams agieren, wie die Zyklen sind, Sprints, wie man eigentlich, also das ganze Team formt sich einfach auf der Seite. Also das ist jetzt von der Software-Seite, die Entwicklung muss viel mehr Hand in Hand arbeiten. Also man braucht zum Beispiel Regularien oder Regeln für die Datenbanken, da müssen die Entwickler möglichst guten Zugriff drauf haben. Dann gibt es halt ganz andere Entwicklungszyklen. Also man programmiert jetzt nicht mehr so Hard-Features, wie zum Beispiel wenn man eine Website macht, dann pflegt man einen Button ein und man pflegt jetzt, was weiß ich, ein neues Formular ein, sondern es ist eigentlich schon, dass man viel optimiert, teilweise kleine Parameter verändert, um dann bessere mathematische Modelle rauszubekommen. Und das ist das, was der große Wandel ausmacht. Also das heißt, mit diesen klassischen Software-Methoden kommt man heute nicht mehr so weit, sondern auch da muss auch eine neue Form sein, auch von Führung, von Mitarbeiterverantwortung und komplett neue Entwicklerrollen. Jetzt hast du schon Teams angesprochen. Wie sieht so ein Team aus, beziehungsweise vielleicht auch in welchem Stufenmodell kann man sich so ein Team fürs Unternehmen aufbauen? Ist es auch ein rein externes Team? Macht es Sinn, das intern zu haben? Das kommt wirklich ganz darauf an, also bei Startups kann man sozusagen starten mit einem Data Science Team. Also das wäre klassisch jemand, der sich gut mit Hardware-Datenbanken auskennt, der da die Skalierung hinbekommt, wenn man Daten schon zugreifen kann. Also das ist auch das große Problem, dass man viele Startups eben nicht auf große Daten zugreifen können. Das heißt, man würde davor vielleicht noch jemanden setzen, der diese Datenbeschaffung macht. Und dann hat man hinten das Team raus, also wenn man ein oder zwei Experten hat im Bereich Data Science, also wirklich guckt, okay, was kann man aus den Daten machen, wie kann man die bearbeiten, wie kann man die Filtern reinigen, sodass wir dann daraus mathematische Modelle erstellen können, also in Form von Machine Learning. Das heißt, also Machine Learning ist ja nichts anderes als eine Matrix, theoretisch, also lineare Algebra. Da geht es halt darum, wie kriegt man die Daten in diese, also mathematisch so formuliert, dass sie dann letztendlich für die Automatisierung zugeführt werden können. Und das heißt, das kleinste Team, was ich empfehle, sind eigentlich drei Leute, die eben, also einerseits Datenbank, Hardware, dann eine Person, die die Insights aus den Daten zieht und neue Aufgaben reguliert, also heißt Ziele definiert, was wir sozusagen automatisieren und verbessern wollen und wirklich einen, der ein Data Scientist oder Machine Learning Expert, der dann in den Bereich reingeht, wirklich die Modelle aufzubauen und dort die Sachen zu optimieren. Wo finde ich diese Leute? Wo treiben die sich so rum? Das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Ich denke, das ist auch noch ein großes Manko, dass man noch keine richtige Titel dafür hat. Also zum Beispiel, was ich gesagt habe, mit diesen Datenreinigungen und Extratieren, das wäre zum Beispiel ein Feature Extractor oder das ist eben die Frage, wie nennt man das? Also ein Data Scientist sollte eigentlich alles abdenken. Ich denke, dass die Krux an der ganzen Sache ist, dass man für jede Branche, die man hat und für jede Daten und jedes Software-Team ganz feine Nuancen der Experten braucht. Man kann ganz grob sagen, wir haben hier einen Data Scientist, der kann sozusagen alles abdecken, aber meiner Erfahrung nach ist, dass ein Data Scientist immer nur spezielle Gebiete hat. Zum Beispiel, der kennt sich gut aus in Image Recognition, also Bilderkennung oder es gibt jemanden, der sich mit Natural Language Processing auskennt. Bei Natural Language Processing sind zum Beispiel sehr viele, die mit Java arbeiten. Da gibt es gute Datensätze, also zum Beispiel von IBM. Die meisten Leute, wo man zum Beispiel Leute herbekommt aus IBM, die haben schon eine langjährige Erfahrung und dort kann man halt gute Talente herbekommen. Oh, jetzt fängt die ja gerade extrem an zu donnen an. Ich hoffe, das stört nicht. Auf jeden Fall, die Experten zu interviewen, also Talentmanagement, ist ein ganz großer Punkt im Bereich AI. Also ich mache das immer regelmäßig so, dass es eigentlich dreistufig mindestens ist. Das erste ist klar CV, man hat nun erstmal so einen leichten Team-Match, also erstmal Skype-Call. Dann zweite Stufe ist wirklich eine Aufgabe innerhalb von ein, zwei Tagen lösen. Also jetzt nicht so auf dem Papier und dann erst zum Interview einladen und dann wirklich in die Thematik oder in die Unternehmensproblematik reingehen. Beispielsweise, wir wollen eine Fertigungsstraße optimieren oder sowas. Dass wir dann wirklich da ein Beispiel rausnehmen, also bestimmte Roboterbewegungen, bestimmte Sensoren und darauf dann wirklich in die Diskussion reinkommen. Und das sind die drei Mindeststufen, die ich empfehle. Also manchmal würde ich da sogar noch mehr rein, zwischenpacken. Also Talentmanagement ist auf jeden Fall wichtig und man kann nicht einfach sagen, okay, wie zum Beispiel bei dem Informatiker, der jetzt zum Beispiel sich für Web auskennt, so einen guten Fullstack, zum Beispiel den JavaScript-Developer hat oder sowas. Da kann man sagen, okay, ein JavaScript-Developer, der kann mir 80 Prozent aller Webseiten auf jeden Fall mit seinem Wissen abdecken. Und das haben wir bei Machine Learning überhaupt nicht. Es gibt verschiedene Frameworks für verschiedene Bereiche, auch zum Beispiel ist der ein Experte in Parallelberechnungen oder sowas. Also kennt er sich überhaupt damit aus, wie die Infrastruktur ist und so weiter. Genau. Gibt es Plattformen, auf denen ich mit solchen Leuten Kontakt aufnehmen kann? Oder kennst du Communities oder gibt es Companies, Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben? Ja, Headhunters gibt es extrem viele und kommt immer mehr. Also bei LinkedIn ist es wie wild. Also es nervt schon, dass immer diese... Nee, nee, ich meine es wirklich. Also es ist wirklich so, dass jeden Tag da vier, fünf Anfragen kommen mit irgendwelchen Introductions. Aber auch nicht nur aus Deutschland, sondern es wirklich ist internationales Problem, dass man die Leute versucht zu finden. Ich sehe das auch, aber ich sehe eben genau das Problem, dass diese Headhunter die Arbeit an der Stelle nicht so gut erledigen, dass die genau wissen, wie sie fühlen können. Also ich sage mal eben ein Beispiel. Ich selbst habe lange Zeit mit einem Headhunter zusammengearbeitet, selber, um Leute zu bekommen. Und wir haben lange Gespräche geführt, kamen aus London und wir hatten sogar einmal persönlich getroffen. Und ich habe immer so das alles erklärt, Machine Learning auf dem Blatt Papier und genau gesagt, was ich brauchte. Da ging es um NLP und so weiter. Und dann meinte er, ja, alles klar, schauen wir mal. Und dann hat er mir die ersten CVs geschickt. Die waren dann halt, gingen gar nicht in die Richtung. Und dann habe ich halt immer wieder angepasst. Und das war sozusagen ein Trainingsverfahren. Also er hat dann immer trainiert. Aber es war wirklich, dass selbst nach einem halben Jahr Leute oder Kandidaten dabei waren, die einfach gar nicht gepasst haben. Zum Beispiel da waren dann Statistiker dabei, die null Erfahrung beispielsweise in der Programmierung mit Python hatten. Sondern es war immer noch, was ich, Perl-Programmierer oder sowas, was ich einfach an der Stelle, also das war jetzt nicht der einzige Filter, das war nicht die Programmiersprache, die einzige Filterung. Aber ich merke, dass gerade auch allein nur in der Programmierung schwierig ist zu rekruten. Und in AI zu rekruten ist dann nochmal ein anderes Level. Also das ist nur, was ich kurz so sagen wollte. Das ist irgendwie sehr schwierig, da Talente zu bekommen. Wie ich vorgehe, sind tatsächlich Ausschreibungen, Meetups, die in diesen Bereich zielen und ansonsten Netzwerke mittlerweile. Ich habe mittlerweile ein großes Netzwerk, auf das ich auch wirklich bauen kann. Und viele, und das empfehle ich auch neuen Entwicklern oder die mich fragen, okay, was würdest du empfehlen, wie wir vorgehen, werdet Freelancer an der Stelle und arbeitet projektbasiert. Ja, aber das ist ja eine echte Herausforderung, vor der tatsächlich so eine HR-Abteilung in einem Unternehmen steht. Also das A, das Wissen selbst nicht zu haben, weil das eben nicht mehr der Marketingleiter ist, der gesucht wird oder der Vertriebsleiter, wo man sich vielleicht noch auskennt. Sondern, dass völlig neue Aufgabenfelder besetzt werden müssen mit echten Spezialisten. Ja, aber das ist eigentlich auch meine Erwartungshaltung. Also wenn man jetzt nur die Sekretärin irgendwie sucht, die von München nach Hamburg zieht und jetzt von, statt bei Microsoft bei IBM arbeitet. Klar, da ist ja gar keine große Arbeit, aber ich meine, die Leute, also wenn die, wer 10 Prozent vom Jahresgehalt verlangt, finde ich, kann auch da das erste Mal auch wirklich lernen, wie funktioniert die Technik und wie kann ich besser vorfiltern. Also das ist zumindest die Erwartung, die ich einen guten Hattern da habe. Lass uns nochmal einen halben Schritt zurückgehen, aus der Perspektive des Unternehmens gesprochen. Wenn ich jetzt mich mal in so einen Unternehmenslenker hineindenke, dann ist ja für mich die große Frage, ab wann macht es tatsächlich Sinn, mich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen? Also noch dieser Step, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, so eine Infrastruktur aufzubauen mit Personal, internen oder externen Leuten. Künstliche Intelligenz ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Das heißt, ich würde jetzt hier differenzieren, ist es ein Unternehmen, was jetzt wirklich IT-basiert ist, was langfristig bestehen will. Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Steuererklärungsunternehmen. Also du hast eine Software für Steuererklärung. Ich glaube, da gibt es über 20.000 Lösungen auf dem deutschen Markt allein. Und du willst da vorankommen, dann ist auf jeden Fall ein AI-Thema, wo du reinsteigen musst, egal wie teuer es ist. Wenn du jetzt so eine Assembly-Line hast oder, sagen wir mal, Verpackungsunternehmen oder irgendwie so ein Logistik-Lager, da würde ich sagen, eventuell würde ich das sogar outsourcen. Das heißt, ich würde da gar keine interne Abteilung, interne Entwickler mit reinnehmen. Und Unternehmen, bei denen ich jetzt sagen würde, die brauchen es überhaupt nicht. Gut, das wären halt die klassischen, die Handwerksberufe oder sowas. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da müsste man mit AI einsteigen. Aber sozusagen, lass uns bei IT bleiben. IT-Software-Unternehmen gehe ich davon aus, dass die erfolgreichen Unternehmen 50 Prozent 2018 AI implementiert haben werden. Ist AI ein Privileg dann großer Firmen, die sich das tatsächlich leisten können? Es ist Segen und Fluch in einen. Also man glaubt, ja zum Beispiel bei der Autoindustrie, die haben, die kaufen sich einerseits Teams ein. Also so, dass die sagen, okay, es gibt ein Startup-Team, die sind in einem speziellen Bereich schon Experten. Und dann, die kaufen einfach dieses Startup und holen sich die Expertise damit. Allerdings ist eigentlich der Trend in Deutschland, dass man viel diese Forschungsabteilungen, diese ganz klassischen Forschungsabteilungen hat. Also zum Beispiel Theimler oder Audi oder sowas, die kooperieren mit Universitäten oder holen sich dann die Doktoranden dann aus den Unternehmen rein. Aus den Universitäten ins Unternehmen rein. Und was ich hier beobachte, ist, dass die, dass die genau diese organisatorischen Sachen, also dieses wirtschaftliche Arbeiten, ein Produkt aus der Wissenschaft zu machen, ein großes Problem ist. Ich bin jetzt ein bisschen entglitten. Kannst du mir da deine Frage nochmal sagen? Ich war schon mit meinem Gedanken in einer ganz anderen Sphäre wieder unterwegs, nämlich bei meiner nächsten Frage. Also die Frage war, ist es ein Privileg tatsächlich für Unternehmen, AI anzusetzen? Das ist tatsächlich, also das ist weniger Schmerz, tatsächlich ja, ist es. Weil wenn man ohne wirklich dieses gutes Backup oder ein Team, was schon Vorleistungen aus der Wissenschaft als schon Code mitbringen kann, ist es ganz schön hart. Aber es gibt immer wieder, und das erstaunt mich, wirklich ausgewiefte, einfache Algorithmen. Ich würde jetzt gerne ein Beispiel nennen. Ich hatte heute Morgen noch eins gelesen, wo ich dachte, ja, ah genau, Patent. In München gibt es jetzt ein Startup, die machen Patente, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber wenn man wahrscheinlich Patent, AI in München eingibt, kommt man drauf. Die haben jetzt ein ordentliches Funding bekommen, nachdem die sozusagen was veröffentlicht haben. Also die haben schon ein erfolgreiches Startup. Die haben eine Patentdatenbank und bei denen kann man jetzt Patente suchen. Das ist eigentlich mal pain in the ass, wenn man Patent anmelden will. Also ich habe selbst ein internationales Patent und das ist wirklich extrem schwierig, diese Recherche zu betreiben, gibt es diese Idee schon. Und die haben da jetzt wohl eine ziemlich gute Lösung gefunden und ich war erstaunt, dass man, also das ist eigentlich, ja gut, das kann man aus der Forschung mit reinnehmen und dann ausbauen. Und das ist, ohne dass man jetzt fünf Jahre nur entwickeln kann und man hat dann noch keine Lösung mit rausgebracht. Ja, um vielleicht so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu zeigen für die Unternehmen, die jetzt nicht die großen Big Player oder Blutschip Unternehmen in Deutschland sind. Wenn ich es richtig verstanden habe und da korrigiere mich gerne, bedeutet ja künstliche Intelligenz und da gibt es ja unterschiedlichste Definitionen beziehungsweise auch Sichtweisen, was konkret künstliche Intelligenz ist. Ist es eigentlich nicht, fange ich mal damit an, nicht ein regelbasierter linearer Ablauf eines Systems, sondern es ist ja tatsächlich die Komponente wichtig, dass das System auch selbst lernt und Assoziationen zum Beispiel machen kann. Soweit richtig vereinfacht? Also die linear sein können, also zum Beispiel, jetzt muss ich mal kurz ein Beispiel überlegen. Sagen wir mal, wir haben ein Paket, also genau, wir haben eine Station, da wird die Ware in einen Holz, also so einen Pappkarton gepackt, nächste wird der Deckel zugemacht, dritte wird verklebt und vierte wird das Etikett draufgeklebt. Sondern wenn wir jetzt, da haben wir jetzt, das sind alles mechanische Elemente, wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen zum Beispiel erkennen, aufgrund der Größe des Paketes, wie, was für ein Portokleber kommt zum Beispiel obendrauf. Dann wäre das, also wären die ersten drei Stationen immer noch maschinell, also das ist linear und dann wäre nur eine Station mit künstlicher Intelligenz, also dynamisch. Das heißt, du hast letztendlich immer noch ein lineares System, aber hast halt einzelne Blöcke automatisiert und damit dynamisches Verhalten in einem eigentlich vorhersehbaren Prozess. Und du kannst halt dadurch am Ende sagen, okay, war es erfolgreich, nicht erfolgreich und das ist messbar. Und genau, was viele Leute sagen, das, wo wir große Fragezeichen haben, ist gerade bei dem Auto. Das Auto kann man als große, auch als große Blackbox dann sehen, wenn es mit künstlicher Intelligenz fährt, weil man ja letztendlich ein Ziel angebt, also das ist ja eine Eingabe und man fährt über die Straße, die ganzen Straßensensor sind auch Eingabedaten. Und Ausgabe ist sozusagen, wird ein Unfall produziert oder nicht oder verursacht oder nicht. Und da ist halt die große Gefahr, dass man teilweise nicht sehr einfach sagen, wie die Systeme untereinander agieren, aber auch da, das ist die, gerade in der deutschen Autoindustrie oder deutsche Forschungslabore, die mit der Autoindustrie zusammenarbeiten. Und da ist eigentlich von Anfang an Sicherheit ganz oben. Also das heißt, gegenüber anderen Mitstreiter ist halt da diese Sicherheitsschiene immer drin. Ja, weil was ich ganz interessant finde, ist, es muss ja jetzt nicht immer die große Verpackungsstraße sein, die da optimiert wird oder dieser Prozess. Also wenn ich an das Thema Service zum Beispiel denke, dass ich dann zum Beispiel mit KI-Bots arbeiten kann, um Serviceanfragen vielleicht noch vor dem Callcenter abzufangen, über eine Website oder über einen Messenger oder sowas. Kannst du da mal so einen Ausblick geben, wo stehen wir da heute? Ist das zum Beispiel eine Geschichte, womit ich ja eigentlich ja auch mit relativ oder vergleichsweise wenig Budget schon in dieses Thema einsteigen könnte als Unternehmen? Definitiv. Und da gibt es auch schon Startups und Unternehmen, die zum Beispiel sowas anbieten. Ich betreue ein Startup, das genau diese Sachen zum Beispiel macht. Also die haben die, also die von einem großen Mobilfunk, ich muss mal überlegen, was ich jetzt hier sage im Podcast, von einem großen Mobilfunkanbieter in Deutschland, haben die zum Beispiel Zugriff auf die Daten und Zugang zu Customer. Also zum Beispiel Info-Hotline und da gibt es jetzt, haben die jetzt eine Infobox auf der Website und da kommt zum Beispiel, sagen ich habe kein Handyempfang oder meine Mailbox ist nicht erreichbar und so weiter. Und die sind jetzt schon erfolgreich dabei und 80 Prozent der Serviceanfragen kann automatisiert beantwortet werden mit einer Zufriedenheit, also dass die Kunden auch zufrieden sind mit der Antwort. Also man kennt das teilweise ja auch, sind sie zufrieden mit ihrer Antwort gewesen und wenn ja, dann wird das sozusagen optimiert. Teilweise ist da schon Maschinen-Learning hinter, dass man wirklich dann damit trainieren kann. Das heißt, man hat ja die Suche, man gibt die ein, eigentlich ist das wie Google, so kann man sich vorstellen, man sucht bei Google und Google wird am Ende fragen, sind sie zufrieden mit ihrer Ergebnissuche. Nur, dass man hier nochmal ein Smiley nach oben oder nach unten am Ende macht. Und das sind Millionenbeiträge, die die jetzt dadurch sparen, ja. Also übers Jahr gesehen natürlich. Ja, das heißt, ich könnte, ich muss jetzt nicht gleich das große Team aufbauen und mich da auch mit Investitionen ja vielleicht in ein gewisses Risiko auch begeben, sondern ich kann tatsächlich, wie du sagst, mit Startups arbeiten, die zum Beispiel diverse Bots einsetzen. Also je nachdem, wie das Szenario natürlich in meiner Company auch ist, also wo ich gegebenenfalls optimieren könnte. Absolut. Und deswegen, ich meinte ja auch nächstes Jahr, glaube ich, dass alle die IT-lastigen Unternehmen für zu 50 Prozent Konstantin-Intelligenz implementiert haben werden. Und damit impliziere ich jetzt einfach, dass man Schnittstellen nutzt von Experten oder Unternehmen, die diese Dienstleistung anbieten. Es macht keinen Sinn, alles neu zu entwickeln. Beispielsweise, also ich bleibe immer bei Spracherkennung, weil das die meisten Leuten halt wirklich in der Hose, also die kennen das halt, deswegen sage ich das Beispiel immer. Da macht es keinen Sinn, jetzt eine neue Sprachdatenbank aufzubauen. Also da können halt nur so Größen wie Microsoft oder Google oder Apple wirklich auf so Daten zugreifen oder einkaufen. Ich glaube, in der Wissenschaft ist, glaube ich, die größte, da kann ich jetzt eigentlich keine Zahlen sagen, aber ich meinte, dass da die größte Sprachdatenbank zwei Terabyte oder sowas ist an Sprachdaten. Und das ist halt nichts dazu, dass du halt, also wenn du überlegst, dass du, dass Google und Apple und so mit jeder Aufnahme, die du tätigst, deine Sprache sozusagen mit auf den Server speichern und dann für weitere Anwendungen verwenden können. Das heißt, mit jedem Siri-Befehl oder mit jedem, bei Echo oder so, bei Amazon zum Beispiel, mit jeder Suche, die du jetzt machst, können die diese Daten verwenden und damit werden diese Unternehmen halt immer stärker und sind sozusagen dann auch, werden zu Monopolen im Speech-Recognition-Bereich. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Also das macht jetzt, also du kannst ja gegenrechnen, wenn du jetzt als Startup in diesen Bereich reingehen würdest, was du da investieren müsst, um so einen Pool aufzubauen oder eine Strategie oder eine Taktik, also eine Strategie überhaupt erstmal zu finden, also einen Weg zu finden, um sowas zu machen und was dann die einzelnen Taktiken dann, wie immens teuer die werden. Ja, das zeigt wieder die Macht auch der Monopole, also der Plattform generell, also in verschiedenen Bereichen. Ich sage auch immer gerne, dass jede Interaktion im Bereich Machine Learning, also jede Interaktion mit einem AI, Startup oder Unternehmen, ist indirekt auch ein Voting-Verfahren. Also mit jeder Tasteneingabe in Google gibst du eine Stimme für Google an, weil Google dadurch natürlich schlauer und intelligenter wird. Und das ist in AI allgemein so, alles was du trainierst, ist eben, also deswegen sage ich immer, dieser First-Mover-Advantage ist nicht zu unterschätzen. Und das ist halt deswegen, desto früher, desto besser, aber man muss nicht, das war eigentlich die Ursprungsfrage, man muss nicht selber die, nicht selber ein eigenes Team aufbauen, sondern man kann auf Ressourcen, Netzwerke zurückgreifen und mit einer intelligenten Implementierung oder mit der Nutzung der vorhandenen Ressourcen kann man das schon gut aufbauen. Ja, so ist es auch, wie ich es immer, also hauptsächlich auch empfehlen würde oder empfehle. Ja, spannend. Also wir haben jetzt einfach mal das KI-Feld geflügt, was ich ganz, ganz cool finde, für eine erste Podcast-Kick-Off-Folge, die wir hier haben, um einfach, einfach mal so, so kurz einzutauchen in die ein oder anderen Themen. Wir werden uns natürlich in den nächsten Folgen dann auf ein Thema festlegen und vielleicht auch den ein oder anderen Interviewpartner haben, den wir beide dann einladen und auf Herz und Nieren prüfen, unsere Fragen stellen. Wir haben jetzt über Netzwerke gesprochen, wir haben über den Teamaufbau gesprochen, wir haben kurz über das Thema Chancen für Unternehmen gesprochen, natürlich auch so ein bisschen angerissen, was ist KI und du hattest in einem unserer letzten Gespräche gesagt, dass es gar nicht so wirklich klar ist, welche Kompetenzen wir zum Thema KI in Deutschland haben. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze verlieren? Ich finde es immer witzig, dass manche sagen, dass USA uns so stark voraus ist. Die USA ist aber wie in jedem Startup-Bereich oder Marketing-Bereich, die sind sehr stark im Verkaufen. Die machen mittlerweile gute Produkte. Also wenn ich mir Webdesign anschaue, sind die weiter sehr, sehr gut. Aber in KI ist Deutschland absolut unterschätzt und ich glaube, dass Deutschland tatsächlich die Speerspitze ist. Also das haben wir auf jeden Fall dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz auch zu verdanken, wo auch Google zum Beispiel auch drin sind oder auch andere Größen, die einfach da mit rein investiert sind und wir tolle Forschung haben. Wir haben zum Beispiel in Kaiserslautern, Brücken, Bremen, Berlin, da haben wir gute Standorte für Robotik, Spracherkennung und AR, zum Beispiel Augmentary Reality. Aber was man zum Beispiel auch oder der Masterstudiumgang in Ulm ist zum Beispiel, finde ich, ein sehr, sehr schönes Programm. Man lernt nicht nur AI, sondern man lernt auch Logik, Psychologie und dann Informationstechnologie speziell zu den Themen, die für Künstliche Intelligenz angewendet werden können. Und das ist halt Sucht seinesgleichen in anderen Ländern. Da gibt es zwar auch so im Bereich AI jetzt auch was, aber ich finde, wir haben in Deutschland, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, was den Bereich AI und Künstliche Intelligenz angeht. Und die Forschungslabore allgemein, jetzt auch durch die Autoindustrie und auch durch die militärische Forschung, wo ich halt lange Jahre in den Teams saß, wir haben halt echt gut immer in die Forschung und auch angewandte Forschung, weil ich meine, bei dem Militär ist es halt meist immer so, dass die, also jetzt nicht, man muss jetzt nicht immer Waffen vorstellen, sondern es geht halt auch um zum Beispiel Erkennung von Gefahren, von Terrorangriffen oder zum Beispiel Gefahrmittelerkennung und sowas ist ja auch, oder Drohnen, das zum Beispiel, wo wir jetzt lange Jahre schon drin sind. Und diese Forschung unter den Reihen, also sind jetzt nicht alles zum Beispiel öffentliche Arbeiten, zum Beispiel die wissenschaftlichen Arbeiten sind meistens nicht öffentlich. Und da tut sich auf jeden Fall unter der Hand auch einiges. Vielleicht können wir mit diesem Podcast helfen, einfach auch die Sachen sicherzustellen. Ja, genau. Ich werde einfach mal meine Universitätsprofessoren fragen, ob wir nicht einfach mal alle diese Militärforschung veröffentlichen. Nee, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, also wir, lass uns das vielleicht so als Ansporn auch für den Podcast nehmen, vielleicht so ein bisschen die Motivation zu machen, dass wir da, ja, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber mehr im Sinne, make the world great again und nicht Germany only. Ja, genau wie du sagst, also es ist nicht, die Quelle ist nicht über dem Teich, sondern wir sitzen eigentlich drauf. Ja. Und das fand ich eigentlich so spannend und für mich war das einfach auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, was du so in mir geschärft hast, einfach mal zu sagen, lass uns das finden, lass uns mal wirklich schauen, wo sind die klugen Köpfe in unseren eigenen Reihen, ja, die tatsächlich daran glauben, dass wir für die Weltgemeinschaft was machen können. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Florian. Ich würde vorschlagen, wir haben uns vorgenommen, eine halbe Stunde zu sprechen, da sind wir jetzt auch angekommen. Vielleicht machen wir zwei den Aufruf noch jetzt am Ende dieser Podcast-Folge uns eine E-Mail zu schicken oder uns bei Facebook oder auf der Website zu besuchen oder auch unser Messenger-Service zu nutzen, uns Fragen zu stellen, vielleicht Themen, die die Community spannend findet, zu schicken, die wir dann in den nächsten Folgen aufgreifen können. Ja, finde ich gut. Ich finde es sehr gut und wichtig, in den Dialog zu kommen und bin da auch sehr motiviert und bestrebt, da zu unterstützen, wo es auch immer geht. Super. Dann möchte ich mit einem Satz schließen, den ich vor, weiß ich gar nicht, ein paar Monaten in einem Podcast hatte, da hat der Gast zu mir gesagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ein sehr schönes Bild. Florian, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf unsere nächsten Folgen. Ich freue mich auch. Mit ganz konkreten Themen und ja, vielen Dank. Ich danke auch. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja. Bis bald, Florian. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet. Wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.